Sehr rutschig. Komm, wir gehen erstmal hier in der... Oh, ist das krass. Spuckt bestimmt hier. Oh je, alleine will ich jetzt hier nicht rinieren. Krass. Kannst du mal lachen? Ja, das ist ja ehemalig. 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 Ich meine, wir gucken uns das an. Die wollen bestimmt nicht richtig hier drin sein. Die wollen bestimmt nicht richtig hier drin sein. Hm. Ja. 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 Spannend. Ja. 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 Ja, das ist passend. Warte. 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 Okay, das ist nicht mehr... ...und jetzt zu ihm. Geht man das zu hoch? Oder zu ihm auch? Ja, zu ihm auch. Aber es ist richtig mit Treppe eigentlich, also normalerweise wäre hier der Eingang. Das wird für die Waffen gewesen sein, dass sie da rausschießt und hier ist der Eingang. Aber wofür sind die Fenster eigentlich, also auch für Schießen, falls einer rinkommt. Ja, denke ich mal. Bevor einer rinkommt, dass sie gleich abfeuern kann.